Hallo, ein neues Grad. Rear Kick ist ein Grad, der die Gesamtbeinmuskulatur beansprucht. Der Fokus liegt aber sicher hinter der Gesamtmuskulatur, hinter der Oberschenkelmuskulatur, man spürt es aber auch im vorderen Oberschenkel. Bastian zeigt euch gleich, wie das genau funktioniert. Er nimmt sich eine Gewichtsscheibe und legt das Gewicht auf, sonst gibt es nämlich nichts auf dem Gerät zu stellen. Er platziert das Bein mit dem, was er arbeiten will, auf der Arbeitsfläche. Schön gerade das Vorderbein ist hier vorne am Polster und dann drückst du zurück. Genau. Wir wünschen ein gutes Beintraining. 死b-, fun! Ja! Wollt werden es noch открыt, weil wir die Mitten im Rett Chef tunen,